Wir engagieren uns, weil Covestro ein Unternehmen ist, was Forschung, Entwicklung, Innovation im Herzen trägt. Wir glauben, dass wir Themen wie Nachhaltigkeit nur durch Wissenschaft, durch Technik, durch Fakten lösen können. Unsere Jugendforscht-Generation vertritt genau das und das brauchen wir, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen. Ich glaube, es sind unglaublich reife Köpfe. Teilweise waren ja schon zehnmal irgendwie bei Jugendforscht dabei und ich fand es toll, dass sie aus verschiedenen Fachbereichen kamen, weil da waren Leute da, die sich dann für Politikwissenschaften interessieren, Leute, die in die Neurowissenschaften gehen und so weiter. Und dass man eben so breit denkt, das braucht man in unserer heutigen Gesellschaft. Es ist wirklich beeindruckend. In diesem Chem-Park, in der Mitte gibt es eine ganz normale, richtig große begrünte Fläche. Links eine Fabrik, rechts eine Fabrik und da arbeiten die mit den Chemikalien und da wird das hergestellt. Und das Ganze mal zu sehen, welche Ausmaße das auch hat, das ist wirklich unglaublich. Ich finde, diese Chance zu haben, Menschen hier zu treffen, die hier bei Covestro arbeiten, das ist wirklich sehr groß. Weil diese Menschen standen schon vor Problemen, wo wir sagen würden, darauf kämen wir nicht mal. Und diese zu lösen, ist ja auch dann später unsere Aufgabe. Das geht ja in unserer Generation über. Ja, also mir macht einfach dieses Forschen total viel Spaß und vor allem das dann auch mit anderen Leuten zu teilen und anderen von seiner Leidenschaft zu erzählen und andere davon anzustecken. Es war total interessant zu sehen, wie man mit vielen Unternehmen, die an einem Standort versuchen, im Verbund Schema zu arbeiten, wie das überhaupt aufläuft, wie Nachhaltigkeit funktionieren kann in der Forschung. Und da bietet jetzt hier diese Veranstaltung natürlich unglaublich spannende Einblicke, wie man das dann nachher umsetzen kann. Man lernt zum einen andere Schüler oder andere Teilnehmer kennen, die natürlich dieselben Interessen haben, was natürlich total toll ist. Und gleichzeitig lernt man wirklich Experten kennen, die in der Firma hier arbeiten, jahrzehntelange Erfahrung schon haben. Diese Chance zu haben, mit diesen Personen zu sprechen und an dem, was sie wissen, teilzuhaben, das ist gigantisch.